Ich schaue noch nicht an meinen Freund. Nachrichten auf SimTV. Teneriffa. Trotz intensiver Suche sind zwei seit grünen Donnerstagmorgen vermisster Taucher bisher nicht gefunden worden. Die als erfahren geltenden Taucher waren in einer Gruppe mit zehn weiteren Tauchern am Punta Raska an der Südwestspitze Teneriffas abgetaucht. Bei Rückkehr zum Boot fehlten die beiden Taucher. Das Tauchgebiet gilt wegen hoher Wellen und starker Strömung als schwierig. Die Retter betrachten die Möglichkeit, die beiden noch lebend zu finden, als aussichtslos. Auch das Auffinden und eine Bergung der beiden gilt wegen der großen Tiefen in diesem Küstenabschnitt als sehr unwahrscheinlich. Aus diesem aktuellen Anlass sehen Sie demnächst auf SimTV ein Sondervideo. Gefahren, Schönheiten, Sicherheit. Ist Tauchen ein gefährlicher Sport? In Buena Vista del Norte sind auf Einladungen der Gemeinde und verschiedener Umweltorganisationen 34 Jugendliche aus europäischen Ländern zu Gast. In Workshops mit Meeresbiologen und Umweltspezialisten werden Erfahrungen im Umweltschutz ausgetauscht und aktiv am Punta de Teno eine Reinigung der Unterwasserzone am Leuchtturm durchgeführt. Spezielle Beobachtung der freiwilligen Helfer unterliegen die Seeigel, die sich auf allen kanarischen Gebieten zur Plage ausgeweitet haben. Auch die Uferzone wird von Müll gereinigt. Alle Teilnehmer äußerten sich über das gemeinschaftliche Projekt sehr positiv. Teneriffa Festival Eolico Das seit 2003 organisierte und stattfindende Festival Eolico wird in diesem Jahr am 4. und 5. Juli auf dem Gelände der ITER in Granadilla stattfinden. Das gaben jetzt die Organisatoren bekannt. Demnächst hier bei uns auf SIM-TV die Vorschau auf das Festival Eolico 2008. In Kürze hier auf SIM-TV. Gefahren, Schönheiten und Sicherheit ist Tauchen ein gefährlicher Sport. Wir sprechen mit Spezialisten, Fachleuten zum Thema Tauchen auf Teneriffa. Untertitelung des ZDF für funk, 2017